So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Videomodul der Wirtschaftsinformatik. Schön, dass ihr dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Geschäftsprozessen und Transaktionssystemen. Dazu habe ich drei bzw. vier Aufgabenstellungen vorbereitet. Erstmal der Prozessbegriff, den haben wir im letzten Video bereits kennengelernt. Ein Prozess ist eine Reihe von Aktivitäten, die aus einem definierten Input ein definiertes Arbeitsergebnis, also Output, erzeugt. Packt euch die Definition zum Prozessbegriff auf ein Karteikärtchen und lernt das Ganze auswendig. Ja, was ist ein Geschäftsprozess? Dann nennen sie drei Beispiele für Geschäftsprozesse. Dann haben wir hier noch eine weitere Definition zur Transaktion, zu der ich gleich noch komme. Bevor wir dann einen Blick auf die Transaktionssysteme werfen, einmal Charakteristika des Begriffs der Transaktionssysteme als operative Unternehmensebene. Ziel, Aufgabe und Benutzer einmal identifizieren und zu guter Letzt haben wir nochmal zwei Beispiele für Transaktionssysteme. Wir beginnen mit dem Geschäftsprozess und zwar ein Geschäftsprozess ist eine funktions- und organisationsübergreifende Verknüpfung wertschöpfender Aktivitäten. Was Wertschöpfung ist, das haben wir im letzten Video geklärt, die von Kunden erwartete Leistungen erzeugen und die aus der Geschäftsstrategie abgeleitet sind. Das sind jetzt zwei Sätze, die müssen wir jetzt kurz und einmal notieren. Wenn ihr die Geduld nicht mitbringt, einfach im Video weiterspringen oder die Videogeschwindigkeit erhöhen. Also ein Geschäftsprozess ist eine funktions- und organisationsübergreifende Organisationsübergreifende Übergreifende Verknüpfung Verknüpfung Wertschöpfender Wertschöpfender Aktivitäten 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 Kommata Neue Zeile Die von Kunden erwartete Die von Kunden erwartete Erwartete Leistungen erzeugen 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 Und Die aus der Geschäftsstrategie abgeleitet sind und die aus der Geschäftsstrategie abgeleitet sind Punkt Nächste Aufgabenstellung und zwar Beispiele für Geschäftsprozesse Drei Pakete habe ich für euch mitgebracht Einmal die Auftragsabwicklung Dann die Produktentwicklung Und dann einmal der Kundenservice Das sind nur drei mögliche Beispiele Ihr könnt gerne weitere Beispiele in den Kommentaren ausführen Dementsprechend wir schreiben auf Auftragsabwicklung Auftragsabwicklung Dann haben wir Produktentwicklung Produktentwicklung Und zu guter Letzt eben den Kundenservice Ja, wir sind ja immer noch dabei In diesem Modul Einige Grundlagen Beziehungsweise Vor allem Grundbegriffe zu klären Ja, und Mit der Definition zu den Geschäftsprozessen Plus die Beispiele Denke ich sollte der Begriff Eindeutig sein Dann kommen wir zum Zur Transaktion Bevor wir die Transaktionssysteme hier behandeln Ja, eine Transaktion Beschreibt den Austausch von Verfügungsrechten An einem Gut über eine Schnittstelle Zum Beispiel das Recht der Nutzung Zum Beispiel das Recht der Nutzung Ja, ein weiteres Recht wäre Beispielsweise das Recht der Veräußerung Oder das Recht der Gewinnaneignung Die Rechte haben wir euch übersichtlich In dem Einführungsmodus der Betriebswirtschaftslehre Nochmal skizziert Oder nutzt einfach mal die Kanalsuche Gebt mal Verfügungsrechte ein Da werdet ihr sicherlich auch fündig werden Ja, charakterisieren sie den Begriff der Transaktionssysteme Als operative Unternehmensebene Und da fokussieren wir uns auf das Ziel Dann die Aufgabe Und zuletzt eben der Benutzer Dementsprechend Ziel Wir schreiben erstmal hin Ziel dann eben Aufgabe Und dann eben Benutzer Benutzer Ziel Also Ziel Verbesserung der Effizienz auf der Ausführungsebene Verbesserung der Effizienz 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 ist ein wichtiger Grundbegriff Den ich gleich nochmal kurz auflösen werde Dann auf der Ausführungsebene Auf der Ausführungsebene Ja, Effizienz ist einfach nur die Abwesenheit von Verschwendung Das heißt, dass ich alle die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen einsetze Um bestimmte Ziele zu erreichen Ja, wenn ich die Ressourcen nicht voll ausschöpfe Dann Ja, wird das dem Begriff der Effizienz einfach nicht gerecht Und dann verschwende ich eben Ressourcen Aufgabe Und zwar Unterstützung für die Bearbeitung Täglich wiederkehrender Routine Geschäftsvorgänge Also Unterstützung Unterstützung für die Bearbeitung Für die Bearbeitung Täglich 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 Wiederkehrender Routine Geschäftsvorgänge Routine Geschäftsvorgänge Ja, und dann haben wir noch den Benutzer Und zwar Mitarbeiter der operativen Ebene und Gruppenleiter Mitarbeiter der operativen Ebene Neben der operativen Ebene wird es dann beispielsweise auch die strategische Unternehmensebene geben Operativen Ebene und Gruppenleiter Gruppenleiter Ja, dann nochmal zwei Beispiele für Transaktionssysteme Auch hier könnt ihr mir gerne noch weitere Beispiele in den Kommentaren nennen Und zwar Versandsysteme Versandsysteme Und Lohnabrechnungssysteme 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 Ja, hier auch Es geht nur wirklich darum Sich mit diesen Grundbegriffen Den Grundlagen vertraut zu machen Bevor man sich der eigentlichen Wirtschaftsinformatik zu Wendet Ja, packt euch das alles auf dem Karteikettchen drauf Lernt das Ansonsten auch mal auf der Webseite bei uns schauen Dort findet ihr unter anderem Ja, nochmal alles in der Übersicht Zu den Definitionen Fragestellungen Aufgabenstellungen Etc Jetzt mal ein Hinweis Und zwar Das hat jetzt natürlich ein bisschen gedauert Mit dem Aufschreiben und so weiter und so fort Und ich halte auch immer wieder Kommentare Bereite das auch alles vor Ich mache das deshalb nicht Weil ihr dadurch eben die Möglichkeit habt mitzuschreiben Wer das nicht mag Kann er die Videogeschwindigkeit im Player erhöhen Oder hat auch die Möglichkeit im Video zu springen Wenn ich das Ganze eben vorkonfiguriere Dann hat man eben nicht die Möglichkeit mitzuschreiben Und das ist so der Hintergrund Und der zweite Hintergrund ist eben der Dass ich selber dadurch auch noch lerne Dass ich das eben aufschreibe Und nicht alles wie eine PowerPoint-Präsentation Hier einfach hinklatsche Das könnt ihr gerne in der Vorlesung so handhaben Aber ich bin jemand, der das gerne So wie in der Klausur auch hier für euch eben mitschreibt Bis zum nächsten Mal und Tschau